Es ist natürlich auch möglich, dass diese extra Lautverschiebung vor der Germanischen Lautverschiebung stattfand. In dem Szenario wären dann P, T und K zu irgendwelchen unbekannten Zwischenlauten geworden und C zu S, wenn die vorhergehende Silbe unbetont war. Diese Zwischenlaute wurden mit von der Germanischen Lautverschiebung erfasst und wurden zu Strich B, Strich D und Strich G. Die weitere Sprachentwicklung verlief in beiden Szenarien gleich. In beiden Fällen würden sich dieselben Laute auf dieselbe Art und Weise ändern. Man kann also nicht anhand des Ergebnisses entscheiden, welche der beiden tatsächlich passiert ist. Man muss nach weiteren Hinweisen suchen. Für die klassische Reihenfolge spricht, dass F, TH, CH und C aneinander alle ziemlich ähnlich sind. Alle sind stimmlose Frikative, die sich bloß dadurch unterscheiden, wo im Mund der Laut gebildet wird. In der alternativen Reihenfolge müsste das fernasche Gesetz bei sehr unterschiedlichen Lauten gewirkt haben. Einerseits P, T und K und andererseits C. Für die alternative Reihenfolge sprechen hingegen historische Argumente. Cäsar überliefert uns zum Beispiel den Namen des heutigen Flusses Dival als Vagalus. Bei Tacitus, 150 Jahre später, heißt sie aber Vahalem. Der Name scheint also von der Germanischen Lautverschiebung betroffen zu sein, die K zu CH und später H machte. Das würde aber heißen, dass die erste Lautverschiebung um Christi Geburt stattfand und nach der klassischen Reihenfolge das fernasche Gesetz noch später, ungefähr 100 bis 200 nach Christus. Zu der Zeit hatte das Urgermanische sich aber schon über ein ziemlich großes Areal ausgebreitet. Vor allem die Ostgermanen, also die Goten, waren da schon bis ins heutige Weißrussland vorgedrungen. Aus so einem riesigen Gebiet scheint es unwahrscheinlich, dass eine Lautverschiebung noch zu allen Dialekten durchdringen würde. Die alternative Reihenfolge würde dieses Problem lösen. So eine späte Datierung der ersten Lautverschiebung ist aber nicht allgemein akzeptiert. Die um 50 nach Christus im germanischen Umfeld gegründete Stadt Colonia Claudia Ara Agrippinentium heißt heute Köln und nicht etwa Köln. Entstand also nach der germanischen Lautverschiebung. Und auch Beispiele wie Vagalus können erklärt werden. Die Römer hörten den Namen wahrscheinlich von Kelten, die kein CH in ihrer Sprache hatten und es deswegen wohl durch K ersetzten. So wie die heutigen Engländer das Schotsche Loch Ness, Loch Ness aussprechen. Auch hatten die Römer keinen Buchstaben für CH. Es ist also möglich, dass Caesar ein C benutzte, um CH darzustellen. Wir sind weder Sprachwissenschaftler noch Historiker, möchten also keine Entscheidung fällen. Im Hauptvideo präsentieren wir die klassische Reihenfolge, weil die, soweit wir wissen, von der Mehrheit der Wohlexperten akzeptiert wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017